Hallo Leute und willkommen zu einem neuen kommentierenden Gefecht hier in Rouge und bevor ich anfangen will ich noch eine Kleinigkeit sagen. Und zwar habe ich ab nächste Woche, okay da habe ich noch Schule, aber dann habe ich Ferien und in der Woche wo ich Schule habe habe ich keine Arbeit. Das bedeutet ich habe wieder etwas mehr Zeit für YouTube, beziehungsweise viel, viel mehr Zeit für YouTube. Und deswegen würde es mich freuen, wenn ihr mir ein paar Replays zukommen lassen würdet und zwar einfach an die E-Mail-Adresse heiko.lpwg.gmail.com ist ja immer eine Beschreibung. Nämlich dann könnt ihr mal wieder ein paar mehr kommentieren. Okay, weil ihr seht langsam aber sicher gehen mir die Replays aus. Und ich würde sagen, wir kommentieren mal wieder ein 1, also ich kommentiere mal wieder ein 1 vs. 1. Ist ja jetzt schon eine Weile her, indem ich euch einfach zeigen will, wie man am besten kontinuierlich Druck auf den Feind aufbaut, ohne ihn vielleicht direkt zu überrennen. Ihr wisst ja, meine Taktik ist eigentlich nicht irgendwie den Feind niederzuraschen, meine Taktik ist eigentlich eher konstant dem Gegner überlegen zu sein. Um ihn dann später sicher zu vernichten und nicht irgendwie einen Rush zu wagen, der vielleicht auch mal in die Hose gehen könnte. Okay, gucken wir uns das Ganze mal aus meinem Lager an, sag ich mal. Natürlich, wir sind beide Amerikaner. Amerikaner sind 1939 zwar böse, aber sie können quasi den Feind nicht vernichten, weil ihre Leases einfach zu schwerfällig sind. Die kann man zu leicht kontern. Und ansonsten, sie haben nichts wirklich Starkes. Die GIs sind scheiße. Die Priests können nicht viel Schaden anrichten. Und haben nur eine Panzerbringer Stufe 1 und vor allem viel zu teuer, um davon 1939 genügend bauen zu können. Also die Amerikaner, ja, sind 1939 böse. Einfach nur wegen den Willis und den Priests, aber mehr auch nicht. Und deswegen habe ich was gemacht, was ich seltener mache. Und zwar habe ich gleich mal drei Nachschubdepots am Anfang gebaut, weil ich gewusst habe, der Kampf ist nicht so schnell vorbei. Da dauert es noch eine Weile. Deswegen auch drei, normalerweise baue ich ja nur zwei. Gleichzeitig habe ich was gemacht, was ich auch nicht so oft mache, außer an 1 vs. 1 und zwar Dekodierung. Hier, das ist ja klar, dass es hier um Willis handelt. Und ja, natürlich meine ich auch gleich über die Map gespampt. Beziehungsweise werde ich noch tun. In Kombination mit Priests sind Willis ziemlich böse, weil die Priests können dann auf so einer Kleinkarte quasi überall hinschießen. So, da sehe ich, der Feind kommt mit Least. Das könnte natürlich ein Problem werden, weil ich jetzt ja am Anfang, ich sag mal, mehr auf Nachschubdepots gesetzt habe und auf einen Priest. Bedeutet, wenn der Feind mit ein paar Least kommt, habe ich dem relativ wenig entgegenzusetzen. Da gibt es natürlich nur eine logische Reaktion, und zwar Panzerschutzbunker. Zum Glück haben die Amerikaner diese und schweren sie 1939 wirklich ein bisschen, ja, unflexibel. Und die Dinger kann man dann doch ganz schön gut was aufhalten. Und die Taktik, die ich hier angewandt habe, die hat es auch quasi darauf gesetzt, dass ich diese Bunker habe. Für jeden Fall der Fälle, dass genau sowas hier passiert. Mein Plan war es natürlich auch, wie immer, den Feind, ich sag mal, wirtschaftlich ziemlich stark in Ruinen zu treiben. Ach ja, mit dem Priest, wohin schieße ich da? Naja, auf den Willi vielleicht bringt es ja was. Man muss auch dazu sagen, Willis, ich glaube das gilt auch für Luftabwehr, in Wäldern haben mehr Leben. Das muss man immer bedenken. Ja, auf jeden Fall, da kamen dann nochmal ein paar mehr Least. Der Feind wäre da wahrscheinlich sogar durchgekommen. Hätte noch einen Fanatismus draufgesetzt, aber das hat der ja wahrscheinlich nicht, weil er hat ja hier alles tarnen müssen. Er hat da auch noch einen Blitz draufgesetzt. Wichtig in so einem Moment, den Bunker, ihr könnt ihn steuern. Nicht weiter auf die Einheit schießen, auf die Einheit jetzt schießen. Weil, ja, die fliegt ja schon quasi, aber wenn ihr die vernichtet, kann sein, der nächste ist schon hier. Und ja, der zweite Bunker wurde gebaut. Warum? Ja, der Feind war einfach schon, ich sag mal, viel zu weit. Das hätte einen Bunker nicht aufhalten können, bis er so stark ist, ein Bunker nicht. Weil es macht der Gegner einen Fehler. Und zwar einen Fehler, den viele Leute machen. Er rückt vor, zieht sich zurück und rückt nochmal vor. Wenn ihr vorrückt, dann gibt es so zwei Möglichkeiten. Weder ihr zieht es durch oder ihr rennt. Aber zurückgehen und dann nochmal angreifende Stimmen, weil in der Zeit hat der Feind sich noch stärker aufgebaut. Was jetzt einfach nur dazu geführt hat, dass der Feind 40 Dollar verloren hat. Damit ist dann die Bunker noch nicht ganz drin. Aber irgendwann habe ich eine Verteidigungslinie. Man muss immer sagen, Bunker bringen wirtschaftlich meistens nicht so viel. Man sollte es vermeiden, sie zu bauen. Deswegen habe ich sie auch erst gebaut, als der Feind angegriffen hat. Weil sie wie erwähnt, sie können wirklich nur für so eine Offensive verwendet werden. Und sind sehr anfällig. Wenn der Feind nur mal eine Artilie-Einheit baut, sind die weg. Also da muss man mal aufpassen. Aber es wäre, beziehungsweise war in diesem Fall einfach wirtschaftlich rentabler, wie wenn ich jetzt eine Panzerbasis baue, die mir quasi nicht viel bringt. So, jetzt begann meine kleine Isterbark-Willi-Offensive, weil ich einfach nur auf Priest gesetzt habe. Mache ich nicht so oft, wisst ihr. Ich halte von denen eigentlich nicht so viel wie die meisten. Aber sie sind doch in so einem 1-1-1, können sie sehr dreckig sein. Und zwar setze ich hier jetzt meine Willis hin, um quasi alles hier enttarnen zu können und damit Artillerie draufschießen zu können. Und deswegen habe ich auch ein paar mehr Willis gebaut. Ich meine, so ein Willi muss da bloß 10 Sekunden stehen. Dann kann ich da mit meinem Priest vielleicht schon eine Panzerbasis für 30 Dollar vernichten. Und ja, dann hat sich das auf jeden Fall wirtschaftlich gelohnt. Jetzt habe ich mich dann zurückgezogen, weil ich eigentlich gehofft habe, dass die Salve das noch recht nicht zerstört. Hat es aber leider nicht getan. Und ja, da ziehe ich mich jetzt zurück. In der Hoffnung habe ich es noch erwischt. Ah, schade. Weil der Steward, der kann ja quasi hier nicht weiterfahren. Das bedeutet, wäre ich dann noch ein paar Zentimeter weitergekommen, wäre ich durchgekommen. Aber es war jetzt halt ein bisschen Pech. Naja, die GIs, die nutze ich eigentlich nur dafür, um die feindlichen Willis wegzuhalten, um von mir fernzuhalten, damit der Feind nicht selber macht wie ich. Beziehungsweise, ja genau, mit dem Priest. So, jetzt hat der Feind sich mal kurz in Tarn. Das bedeutet, ich habe einfach mal meinen Priest genommen und draufgeschossen. Wenn ihr mit Artillerie kämpft, empfehle ich euch folgendes. Ihr nehmt die, markiert sie und drückt STRG 1. Dann habt ihr die kopiert. Das bedeutet, wenn zum Beispiel der Feind dann auf einmal wie hier an die Panzerbasis offen wird, müsst ihr nur 1 drücken und auf die Panzerbasis klicken. Dann greift eure Artillerie die automatisch an. Ansonsten müsstet ihr erst zurückgehen, die Artillerie auswählen, wieder vorgehen und die Panzerbasis angreifen. Oh, da hatte ich Glück. Dass es sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und der Feind in der Zeit mit hoher Wahrscheinlichkeit sich schon wieder getarnt hat, ist klar. So, hier greift ich den Willi an. Warum? Was soll ich sonst angreifen? Der steht nicht in einem Wald. Bedeutet, der kann tatsächlich, ja, ziemlich schnell kaputt gehen. Langsamer sich muss man sagen, wir sind zwar wirtschaftlich vorne, aber es wird eng, weil wir quasi gegen die feindliche Panzerarmee, die sich jetzt etwas breiter aufgestellt hat, nicht viel machen können. Wir müssen immer mal wieder nachschauen, ich sag mal Schlupflöcher suchen, wie zum Beispiel mit dem Willi, dass wir da vorbeikommen eben, um eine Sicht auf seine Basis zu kriegen und da eben mit Artillerie drauf schießen zu können. Gleichzeitig zwingen wir ihn quasi dazu, dass er die ganze Zeit seine Basen tarnt, was ihm natürlich licht ohne Ende kurscht. Hätte ich jetzt eine kleine Idee, ich hab gedacht, ach komm, der G.I. hier, der ist ja so schön getarnt, den können wir vielleicht auch getarnt irgendwo durchschicken. Ob das zu 100% so aufgeht, ist fraglich. Was aber sicher ist, ist, dass es auf jeden Fall den Feind verunsichert und ihn gegebenenfalls dazu zwingt, irgendwelche Taktiken anzuwenden, die ihn quasi von seiner Hauptoffensive gegen mich abhalten können. So. Okay, da hinten auch ein G.I. rum. Nochmal dasselbe, um den Feind zu verunsichern einfach. Und, ja, das ist eigentlich auch immer eine gute Taktik. Ihr müsst immer bedenken, ihr spielt gegen einen Spieler, einen menschlichen Spieler, der kann verunsichert werden. So, jetzt hab ich hier die Priest ein bisschen weiter vorgeschickt, um quasi das Nachschubdepot hier anzugreifen. Die Lease, die hab ich hier geschickt, um die Frontier zu sichern, weil ich da die Nachschubdepots, also auf die Nachschubdepots hier expandieren will. Und, ja, ich mein, die sind da schon ganz praktisch so ein paar Lease. Und das lohnt sich auch wirtschaftlich. Wir werden so Nachschubdepots und Club plus zweieinhalb Minuten halten, dann lohnt sich's schon. Und selbst wenn der Feind da jetzt durchbricht, würden die Lease den Feind immer noch so lang aufhalten, dass wir die zweieinhalb Minuten drin hätten. Oder sie würden den Feind eben so blocken, dass wir weitere Panzer bauen können, um hier quasi wenigstens noch die paar Nachschubdepots zu verteidigen. Oder, um weitere Panzerschutzstellungen zu bauen. Vorher in der Eile habe ich die Panzerschutzstellung hier ein bisschen unpraktisch gebaut. Wenn der Feind da jetzt mit Artillerie draufschießt, kann sein, er trifft beide. Die hätte ich vielleicht so aufbauen sollen, dass sie beide so draufschießen, dass sie auf die Einheiten schießen, neben Grazer aus dem Wald rauskommen. Nun könnte man den Feind da quasi im Wald hier drin stunnen. So. Gleichzeitig habe ich immer mal wieder versucht, das ist im totalen Krieg wichtig. Im 1945 Modus bringt das quasi nichts. Aber ich habe versucht, immer mal wieder Schaden anzurichten. So, jetzt haben wir den Vorteil, dass der Feind eben erstmal hier durch das Nadelöl hier durch muss. Bedeutet, ich sage mal, seine Reaktivpanzerung namens Lease hat ihm nicht viel gebracht. Also eigentlich gar nichts. Warum er sich hier jetzt zurückzieht, weiß ich nicht. Erfahrungsgemäß wäre da vielleicht sogar durchgekommen. Aber ich habe weitere Lease produziert. Und ja, das Nachschubdepot hier eingenommen. Und nochmal Nachschubdepot. Wie erwähnt. Ich habe die Stellung jetzt quasi gesichert. Die Offensive läuft auch ihr beim Feind. Wenn man sich mal hier die ganzen Infanterieeinheiten anguckt. Ich kann in seine Basis feuern. Das bedeutet eher stark unter Druck. Ich habe wirklich keine Probleme, jetzt Nachschubdepots zu bauen. Das wird seine geringste Sorge sein. Wie erwähnt, die meisten Spieler können sich vielleicht auf eine Sache, können es drin maximal zwei. Und wenn man vom Priest beschossen wird, 19.39, dann juckt es einmaligstens relativ wenig, ob der Feind jetzt da nochmal ein Nachschubdepot eingenommen hat oder nicht. So, und das meine ich. Ihr müsst kontinuierlich Druck auf den Feind ausüben. Die ganze Zeit. Ihn dazu zwingen, Fehler zu machen. Oder auch vielleicht, was eine ziemlich hohe Konjunktur müsst ihr auch schaffen, dem Feind quasi eine Übermacht vorspielen. Also, dass er da nicht durchkommt, obwohl er eigentlich durchkommen würde. Funktioniert natürlich bei extrem erfahrenen Spielern nicht mehr. Ich meine, so zwei Bunker können den Feind schon mal dazu veranlassen, dass er denkt, er kommt da niemals durch. Obwohl so ein Bunker, der kann zweimal schießen, da ist er kaputt. Also, ja. Ich habe aber weiter Nachschubdepots gebaut, weil ich gewusst habe, der Kampf, der dauert noch eine Weile. Ich habe weiterhin mit Priest drauf geschossen. Ich habe hier schön meine Willis positioniert. Und was wichtig war, ich wusste, der Feind wird demnächst auch auf Priest gehen. Muss er. Es ist ja logisch. Ich habe so viel Nachschubdepots und Bunker gebaut. Deswegen habe ich schon mal frühzeitig angefangen, die Willis zu vernichten. Aber wenn er keine Aufklärung hat, dann kann er mich auch nicht angreifen. Und da kam mir der Willi hier natürlich ganz, ja, der kam ganz geschickt, sage ich mal, weil er schlicht und ergreifend nicht in einem Wald stand. Du siehst, wir haben gerade mal 10 Verluste. Bedeutet, ich habe immer recht vorsichtig gespielt, um auch ja nichts abzubekommen. So. Ich habe, ich sage mal, eine Lücke in meinem System entdeckt, in meiner Defensive, und zwar hier oben. Da könnte der Feind locker durch. Da habe ich ein paar viele Nachschubdepots. Deswegen habe ich hier meine Panzerschutzbunker gebaut, um eben den Feind von Offensiven erstmal komplett abzuhalten und nochmal hier ein paar Lies, um gegebenenfalls eine Offensive abzuwehren. Oder zumindest den Feind so lange zu stunnen, bis ich weitere Verstärkungen nachschicken kann. So. Ja, hier, das gebe ich ehrlich zu, da habe ich es wahrscheinlich selber ein bisschen verkackt, weil ich da schlicht und ergreifend meinen G1 nicht mehr bedacht habe. Den hätte ich in der Zeit eigentlich gut hier rüber schicken können, wobei, da wäre ein Steward gestanden und da hätte ich ihn neu tarnen müssen. Aber so Nachschubdepoten zerstören ist eigentlich immer ganz nett. Ja, weil der Milpreist auf alles geschossen, was irgendwo rumsteht, da hat er leider seinen Willi noch in den Wald gejagt. Das ist natürlich ein bisschen nervig, weil der Willi deckt hier quasi alles auf. Der Feind kann da schön reinfeuern, wenn wir uns jetzt mal die Basis vom Feind anschauen. Der sieht aber auch zum Teil gar nicht, dass ich hier Nachschubdepots belegt habe. Ja, genau. Der habe ich ja belegt, alle und das sieht er kaum. Beziehungsweise, ja, in der Fauna Spieler wird es daran sehen, dass hier das Geld abnimmt. Aber ja, das habt ihr wahrscheinlich nicht bedacht. So, dann habe ich gedacht, ja, komm, ich habe da eine kleine Lücke, kannst du eigentlich mal, in der Basis des Feindes, und zwar, dass hier fast nichts steht. Da habe ich gedacht, ja, hier gehe ich jetzt durch und greife das Nachschubdepot an. Aber ich möchte dazu jetzt unentschieden haben, weiß ich nicht mehr. Achso, ja, weil der Feind da mehr Lease stehen hatte. Aber zumindest habe ich ihn schon mal dazu gebracht, dass er sich eben hier jetzt ein bisschen aufbaut. Ihr seht auch, die Einheiten sollen manchmal auch mehr trollen, wäre das falsche Wort, aber den Feind ablenken, sage ich mal, als dass sie irgendwie wirklich später kämpfen. Und 5 Wrecks, ich meine, es sind 5 Wrecks, warum nicht? Ja, da ist der Feind sich mal wieder nicht getarnt, wie erwähnt. Ich habe ihn wirklich dazu genötigt, seine Lichten alle rauszuschmeißen. Und deswegen konnte ich immer mal wieder seine Nachschubdepots vernichten. Das Nachschubdepot von ihm einzunehmen, klar, er muss es tun, aber wenn er weiß, er kann es nicht verteidigen, sollten wir es nicht machen. Das sind dann verlorene 40 Dollar. So, hier noch ein bisschen Schaden angerichtet beim Feind. So, hier bin ich dann einfach ganz schnell weg. Ich habe mich auf den Kampf gar nicht eingelassen, am Anfang. Da habe ich auch noch, war ich nicht so ganz übermütig, da habe ich gedacht, ja komm, rennst jetzt weg und marsch hier noch ein bisschen Schaden. Zwingen ich den Feind dazu, quasi die Armee nach hinten zu verschieben, da kannst du vielleicht sogar mit der Armee durchbrechen. Da war ich jetzt ein bisschen killgeil, gebe ich ehrlich zu. Ich wollte nämlich unbedingt den Stuart vernichten, weil ich gedacht habe, der Stuart, der steht so weit vorne, den kann ich auf jeden Fall angreifen und vernichten, bevor die Leads kommen und kann dann weiter fliehen. So, jetzt kommt ein, ihr merkt was, ich baue ein Flugfeld, er baut Luftabwehr. Warum? Erstmal ein bisschen unpraktisch, ein Kollege von mir im TeamSpeak hat eben mir zugeschaut, über Steam bis der, der kann man ja streamen und ab und zu stream ich mal für meine Kollegen, dass sie auch mal sehen, wie ich spiele. Gerade wenn ich mit den Leuten immer zusammenspiele, dass sie quasi verstehen, was ich meine, wenn ich gewisse Taktiken anspreche oder dass sie sich eben darauf einstellen können etc. Jetzt habe ich dann ein bisschen schlecht gemikroht, weil ich den Lee-Angriff habe und nichts zu hat. Auf jeden Fall habe ich dann meinem Kollegen gesagt, habe mit dem so geredet, also ja, was machst du denn jetzt? 52 habe ich gesagt, ja, der Typ, der hat jetzt so viel Panzer gebaut, ich gehe auf Luftwaffe. Das Problem ist, in Ruzion 1 vs. 1, der Gegner hat mich halt gehört. Hat er mir auch später geschrieben. Aber ja, ich bin trotzdem weiter auf Luftwaffe gegangen, weil er konnte gar nicht so viel Geld haben, um das zu kontern. So. Da habe ich erstmal hier ein paar Thunder Bowls gebaut, die sind ja relativ effizient, um diese Offensive hier abzulenken. Beziehungsweise nicht abzulenken, sondern zu vernichten. Ich habe die Einheit nicht zerstört, sondern ich habe sie quasi zum Fliegen gebracht, um sie dann später mit meinen Least zu zerstören, um quasi auch, ich sag mal, die feindlichen, funktionierenden Einheiten zu reduzieren. So, das war jetzt hier ein bisschen eklig, da hat der Feind dann eben die gute Luft habe ich gebaut, die hat mir schon meine Thunder Bowls-Armee quasi vernichtet. Einer kam durch, aber ja, wirtschaftlich ging es gerade eben total in die Hose und quasi mein Trick 17 ist nicht aufgegangen. Da der Feind mir zugestanden hat, dass er mich gehört hat, habe ich gewusst, okay, Luftwaffe muss jetzt gar nicht weiter gehen, ich baue Wolverines. Das wäre dann so Plan B gewesen, einfach Panzerzerstörer. Was machen wir, wenn der Feind die ganze Zeit auf Panzer geht? man baut Panzerzerstörer, die sind relativ günstig und unglaublich effizient. Die einzigen Flugzeuge, die ich noch gebaut habe, waren gleich Bomber, seht ihr warum, und die Thunder Bowls, wo ich noch hatte, um quasi die Flanken anzugreifen, weil Luftwaffe hat immer den Nachteil, sie kann nur einen Bereich schützen und nicht die komplette Front. Bedeutet, ich habe gehofft, ja, wenn hier irgendwo was rauskommt, könnte ich mir einfach mal schnuppen. So, jetzt baue ich Bomber, wann baue ich Bomber, ah, und ein Thunder Bowls. Der Thunder Bowls, ganz einfach, der geht rüber und diese M16, die ja jeder für so unglaublich OP hält, schießen auf den Thunder Bowls. Danach kommen wir eine Bomber und wenn wir uns die Einheiten anschauen, die hat keine Panzerung, die fliegt da einmal drüber und dann ist es rum. Und ich habe schwere Bomber, sehr schwere Bomber. Flying Fortress, das sind die einzigen Bomber, die sich teilweise gegen Jagdflicker verteidigen können. So. Da die feindlichen Einheiten sowieso enttarnt waren, ja, lief das eigentlich ganz gut und ihr seht, das ist jetzt eigentlich, ich habe gewusst, dass ich gewonnen habe, sonst hätte ich so eine Aktion nicht gerissen und zwar einfach die Jagdbomber vor, Feind greift die Jagdbomber an, die Bomber hinterher, natürlich mit Blitz und Fanatismus und das war es dann für einen Feind, der konnte nichts mehr dagegen machen. Die komplette Luftabwehr vom Feind war erledigt, die Panzerarmee wurde quasi schon ausgekontert durch die Panzerabwehr, die, wie ihr gleich sehen wer, da ziemlich reinhauen wird und ja, da oben gibt es eine Offensive, gegen die der Feind gar nichts hat quasi, also wir haben ihn unter anderem auch noch ausgespielt von der Front her und wir können ihn munterfröhlich mit Artillerie beschießen, während wir einen wirtschaftlichen Vorteil haben. Das Gefecht ist quasi gegessen und zwar sowas von. Jede einzelne Taktik, die ich euch gerade eben gesagt habe, also von wegen Auerspielen oder Übermacht haben oder den perfekten Konto oder die Feindliche Basis mit Artillerie beschießen können, wäre eigentlich schon ein Punkt, dass man gewonnen hätte. Was man auch sagen muss, Wolverines können im Fahren schießen. Das ist schon ein ziemlich guter und großer Vorteil und zwar ein extremer Vorteil und sie haben bedeutend höhere Reichweite wie so ein Leaves. Bedeutend man kann sie einfach hinten aufstellen und die werden gar nicht beschossen. Man schickt hier seine Leaves vor, wichtig nicht im Fanatismus. Wenn sie anfangen mit fliehen, dann gehen sie automatisch aus dem Gefecht raus und kriegt quasi keine Verluste. Während die Wolverines dahinterstehen und munterfröhlich außerhalb der Reichweite vom Feind draufschießen. Ja, die Wolverines hier, na da war ich recht optimistisch. Ich habe gedacht, der Feind kommt eh nicht durch. Hat er dann im Endeffekt auch nicht, aber nicht, weil er nicht durchkam, sondern weil er eben eingesehen hat, dass er keinen Sinn mehr. Ich meine, ich habe nebenher auch noch mit Autorien in seine Basis geschossen, weil das schlicht und sich nicht mehr daran könnte. Okay, dann war es mit dem Gefecht. Jetzt kommen wir noch kurz zur Nachbesprechung, die sich irgendwie nicht so viele Leute anschauen. Ein bisschen schade empfinde, was eigentlich immer ganz interessant ist meiner Meinung nach. Aber ja, hier gucken wir uns mal an die Verluste an. Ich habe ziemlich darauf geachtet, kaum Verluste zu bekommen. Ich habe verloren meine zwei Bunker. Das war aber klar, darauf habe ich mich eingestellt, schon als ich sie gebaut habe, dass der Feind sie irgendwann mal mit Artillerie vernichten wird. Aber gleichzeitig war es auch ein Anreiz, den Feind dazu zu zwingen, Artillerie zu bauen, die ihm nicht viel bringt. So, einen Panzer, einen Panzer, den ich überwültig davor geschickt habe, aber der hat sich gelohnt, der hat nämlich Nachschub-Dipot zerstört und natürlich die Luftwaffe, die vom Feind ausgekatert wurde. Der Feind hat Unmengen an Panzer gehabt, die ihm zerstört wurden und man sieht, die Artillerie und eben die anderen Aktionen, die den Nachschub-Dipot nicht haben, hat auch ganz schön viel gebracht. Frakes, ja, das wird jetzt einfach umgekehrt sein. Bunker haben sich rein wirtschaftlich gelohnt, es waren dann zwei auf Raikrate, warum nicht? Und die Einkünfte waren natürlich bedeutend höher, einfach nur, weil ich bedeutend mehr Nachschub-Dipot hatte. Okay, aber das muss auch noch nicht viel heißen. Man kann auch mit weniger Geld gewinnen. Wie ihr gesehen habt, er hat vorher mit ein paar Dollar Luftwaffe meine gesamte Luftwaffe zerstört. die ich für das Flugfeld ausgeben habe, komplett gekontert, weil es war ja dann useless quasi. Okay, und dann war es soweit mit diesem Gefecht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schickt mir Replays und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.